tari tarra der bus ist da lange mussten wir auf den neuen ford transit und hier den torneo warten schon vor einem guten jahr hat uns fort die neuauflage auf der nutzfahrzeug iaa zum ersten mal gezeigt jetzt ist es dann endlich soweit und das auto rollt auf die straße dabei hat er einerseits einen einfachen andererseits einen extrem schweren job einfach weil torneo und transit die meistverkauften ihrer art in europa sind schwer weil er einfach nicht im kopf der kunden ist wer als autofahrer an bus denkt dem kommt natürlich zuallererst der bully von vw in den sinn wenn das ein bisschen nobler mag die mercedes v klasse ford torneo hat man dabei weniger auf dem zettel schade eigentlich denn ford hat sich relativ viel einfallen lassen um dieses auto nicht nur für kurierfahrer attraktiv zu machen oder für handwerker sondern eben auch für familien oder für verkappte busfahrer was der drauf hat probieren wir jetzt mal aus eines der coolsten gimmicks am neuen torneo ist ebenfalls eine übernahme aus dem transit und was was fort einfach bei der beobachtung seiner kunden gelernt hat wer im auto quasi lebt der braucht tatsächlich platz das gibt es reichlich der braucht ablagen das gibt es auch reichlich der braucht aber bisweilen auch ein tisch und da hat sich ford was sehr kniffliges einfallen lassen man kann das lenkrad nämlich auf knopfdruck schräg stellen beziehungsweise waagrecht stellen dann gibt es hier eine spezielle platte und plötzlich habe ich tatsächlich einen frühstückstisch oder einen platz auf dem ich meinen laptop ablegen kann ist zugegebenermaßen bei einem nutzfahrzeug sehr viel wichtiger als bei der pkw variante aber auch da kommen zeiten wo man die wartezeit sinnvoller nutzen möchte als mit einem schläfchen besonders wenn man das elektromodell denken dass im sommer kommt habe ich ladepausen zu überbrücken und dann kann ich hier prima arbeiten oder eben nicht nur die batterie laden sondern auch den eigenen körper wieder mit energie versorgen wenn es um die ausstattung der kabine geht profitiert der torneo natürlich von der nähe zum nutzfahrzeug weil da wirklich profis am werk sind und das auto dafür gemacht ist dass man im prinzip 24 stunden am steuer sitzt oder zumindest einen arbeitstag lang wenn es ums ambiente geht hat ford viel dafür getan dass sich dieses auto trotzdem wie ein pkw anfühlt insbesondere hinten ist da wirklich fortschritt wahrzunehmen und ich sag mal eine b&o soundanlage in einem kleintransporter das ist schon was wenn es dagegen ums fahren geht kann der torneo seine nutzfahrzeugherkunft nicht verhehlen das eine ist natürlich das format ich habe zwar große spiegel ich habe rückfahrkamera und co aber es bleibt ein riesen trümmer den ich erst mal durch den verkehr bewegen muss fahrwerk relativ komfortabel besser als erwartet bei einem nutzfahrzeug trotz und alledem natürlich weder ein kurvenräuber noch ein auto für höchstgeschwindigkeit auf der autobahn sondern tatsächlich ein shuttle dass man entsprechend ruhig bewegt wenn es um die motoren geht dann fährt der torneo mit genau dem was man von einem kleinen bus erwartet zumindest am anfang mit dieseln drei zwei liter diesel stehen zur auswahl 136 ps 150 ps oder wie hier 170 ps insbesondere die stärkere version gibt es ausschließlich mit automatik für die beiden anderen ist auch ein handschalter erhältlich die automatik platzsparend wie bei den meisten elektroautos mittlerweile ans lenkrad gerückt man kennt das unter anderem natürlich auch von mercedes a klasse und co oder von den id modellen das macht platz hier in der mittelkonsole platz davon hatten wir es ja eben schon ist eine wesentliche tugend dieses autos auch unter der haube geht der torneo mit der zeit und schwimmt auf der elektrischen welle zumindest in der nahen zukunft im frühjahr kommt zum allerersten mal ein plug-in hybrid der kombinierten 2,5 liter großen vierzylinder der nach dem sparsamen aber ein bisschen geräusch intensiven atkinson cycle arbeitet mit einem e-motor und einer batterie von knapp 12 kilowattstunden kapazität leistung 233 ps elektrische reichweite immerhin 52 kilometer genug also um sauber durch die stadt zu strommern wenn man zum beispiel die kids zum kindergarten bringt oder natürlich für die gewerbliche variante mit kastenaufbau wenn man seine amazon päckchen ausliefern will wer noch grüner sein will wer noch länger strommern will wer noch sauberer sein will der muss ein halbes jahr warten im sommer kommt der e-tourneo dann haben wir 218 ps aus einer reinen e-maschine die batterie hat 64 kilowattstunden und das reicht für 325 normkilometer im akkubetrieb wenn man sich hinter dem lenkrad bisweilen fühlt wie ein busfahrer ist das auf der rückbank so eine sache klar einerseits auch hier kleinbus gefühl wenn entsprechend eng bestuhlt wenn wir aber die konferenzbestuhlung haben so wie wir sie hier haben drei sitze gegen der fahrtrichtung und drei sitze mit der fahrtrichtung habe ich hier hinten mehr beinfreiheit und mehr platz als in jedem anderen ford den es in europa zu kaufen gibt das top model explorer also die us-version als fullsize suv mit eingeschlossen und dieses auto eignet sich für noch was kindergeburtstag im auto sicherlich eine vergleichsweise abwegige idee aber wenn es ein auto gibt in dem man feiern kann dann hier denn so variabel wie die sitze sind und so viele möglichkeiten wie ich hier habe kann ich in diesem auto sogar die reise nach jerusalem spielen ihr erinnert euch alle tanzen um die stühle ein sitz raus wer keinen sitz hat hat verloren das ist hier eine sehr kurzweilige angelegenheit und bringt mich sicherlich vom kaffee bis zum kuchen als fahrer gestartet als passagier zurückgekommen und den neuen ford tourneo tatsächlich von allen seiten erlebt und ja es ist und bleibt ein nutzfahrzeug aber ford hat wirklich kräftig dran gearbeitet und dieses auto für pkw fahrer attraktiver denn je gemacht und platz platz hat er wirklich reichlich bis zu fünf kubikmeter ladevolumen bis zu neun sitzplätzen und unglaublich viele varianten das ist die wahre größe des tourneo und der charme der die das auto für mich ausmacht als pkw fahrer bin ich ganz sicher kein busfreund schon gar nicht stadt oder reisebus aber mit diesem bus könnte ich mich tatsächlich anfreunden